Was ist los hier, hallo? Was ist meins? Gibt's ja bestimmt noch mehr abzuräumen. Nö. Scheiße, Mann hier. Das ist mir alles da. Leist mein Geld. Komm ich hier irgendwie rein? Ne, hier will ich nicht. Ich will hier erstmal gucken. Alles rein, ich will sich beheilen hier. Alles meins. Nö, nö, Bananen. Ja, super, lecker. Hier ist auch nichts. Nö. Hier ist auch nichts zu in der Schale. Alles schnell rein. Wie kann man denn überall essen? So. Ich habe leider nicht genug Geld. Ich muss sparen. Das geht mir auf den Sack, die ich in der Maschine hatte. So geht das. Ich will ja noch rein. Guck mal. Gänze bieten. Nee, das ist zu teuer. Komm ich hier. Ich kaufe mal wieder noch hier. So, mehr habe ich nicht. Warte mal. Wir sind hier. Guck mal, hier sind keine Raum. Geld. Nö. Schade, wir haben sie nicht. Voll gelohnt. Guck mal. Mann, oh Gott. So. Ich sehe schon wieder. Da kriege ich schon wieder. Ist das ein Typ oder was? Muss ich jetzt lang. Rumpfangen mit der Fähre. We're sorry to say that Monument Island is off limits. You've got to go. Wirtman should proceed to the Island by means of the Skylights. Oh. Skylights, huh? Those things, them copper's can't ride in our back by the lottery. Wo muss ich jetzt lang? Was ich was sagen? Wir machen mal einen Rutsch. Party. Hey. Yeah. Uh. Geile Scheiße. Uh. Wir fahren mal hier lang. Yeah. Hä? Yeah. Oh, oh, oh. Komm her. Komm her. Komm her. Und zack. Hasta la vista. Muchacho. Was ist hier? Ist aufgelagert oder was? Ich werde mich jetzt noch weit weg trinken. Oh. Hm. Mana. Hm. Heil drin. Ich mach mal hier. Ist wichtig. Perfekt. Perfekt. Hast du mal ausgelassen. Fett. Boah, voll besoffen, Alter. Ich bin die Teile bitte. Ja. Baust du bei dem, weil du baust, traust du auch. Gut. Ähm. Ja. Dann machen wir mal weiterfahren. Uh. Okay. Dann die andere Richtung. Okay. Und wieder her hoch. Die Pude. Uh. Uh. Geile Scheiße. Da waren wir. Woher ich sank. Ah. Und der Lord saw the wickedness of man was great. Oh. Oh. Und er hat repented, dass er Menschen auf der Erde gemacht hat. Hm. Hm. Rain. 40 Tage und 40 Nachts dieses Ding. Und er hat nicht ein Ding, das lebendig war. Sie sehen, meine Freunde. Das scheint ein großer Raum sein zu kolumbieren und er hat das auch erfüllt. Und da. Bye, bye. Oh. Guck mal. Ich muss jetzt starten, die Tür abzuholen. Ich bin nicht abzuholen. Ich bin nicht abzuholen. Geil. 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 Munition sparen. Das muss ich wo mitmachen. Das war einer weniger. Junge, ich komme mal runter. Oh. Oh. Hm. Wo ist der hin? Nachladen. So geht das. Hm. Ja. Geld. Oh. Ich mag das. Hm. Leer. Hab ich hier noch was im Wagen? Ja. Das hab ich schon mitgenommen. Boah, geil mit was das fährt. Bestimmt mit Gas oder irgendwas. Ich möchte euch zu gerne wissen, wie die diese Schiffe hochbekommen haben. Ich frage mich, wie die das gemacht haben. Häuser nach oben geschossen mit den irgendwelchen Raketen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Laden. Alles noch geladen. Das war noch hier. Durchsucht. Okay. Alles okay. Okay. Das Durchsucht hab ich schon gemacht. Jetzt muss ich erst mal irgendwie. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Immer noch dorthin. Muss ich wieder. Aha. Okay. Juhu. Huch. Hm. Kann man da hin? Nee, stimmt nicht. Hallo, Freund. Dankeschön, dass du mir Hallo gesagt hast. Er hat nicht mal Hallo gesagt. Er hat nur immer. Und ist umgefallen. Plötzlich. Er weiß. Er weiß warum. Gibt's hier. Aha. Rauch tut's aber. Überall haben die Waffen versteckt. Hey, Junge. Komm her. Ja, komm her. Ich kann das besser wie du. Ciao mit V. Oh. Wo nicht deine Glanzleistung? Jungen Reger. Oh, noch mehr Geld. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Hab doch schon nur sehr wenig. Ich geb mir auch viel aus. Erstmal nachladen. So, das kann ich mir vielleicht. Warte, warte, warte. Ich war da noch irgendwo. Ist weg. Ehrlich, jetzt. Warte mal. War nicht hier noch irgendwo im Kasten? Da haben wir nicht gewohnt. Wer ist denn hier? Hm, ich kenne mich. So. So. Das haben wir jetzt schon. Was? Haben wir nicht. Aufheben. Ah, sie ist voll. Gut. Okay, wenn ich. Dann weiter geht's. Wow. Rein in die gute Stube. Sieht richtig einladend aus. Hey, hättest du das gedacht. So. Hallo. Nimm mal zu Hause. Nö, wir wollen. Ich will. Das ist die Richtung. Yeah. Whee. Mein Audio. Oh, hier steht. W und C. MdM C. MC United Islands. Hier fällt mir das. Hier müsste ich immer wieder sein. Komm mal. Stand up. Stand up. Stand up. Mach ich das mal. Ich kenne es echt nicht gut. Schau über mich und lege mir die Kraft. Vater Washington. Hör meine Heilung. Kommen wir da jetzt rein? Was macht der da? Betet ihr jetzt die Tür an? Komm, wir beten mit. Auf, Turbide. Wir beten die Tür an, liebe Tür, liebe Tür. Liebe Tür, öffne dich, öffne dich. Okay, Leute, ich geh da mal rein. Die Schnauze halt, ne. Pass mal auf. Den Scheiß kann sich keiner anschauen. Mach's gut, ciao. Wieder bekloppt.